Im Namen des Volkes, erstens, das Bundesverfassungsgericht, Hüter der Verfassung. Absatz 1, in Verbindung mit Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes Bundvereinbar. Kommen Sie mit auf eine Reise durch die Zeit. Entdecken Sie die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts. Karlsruhe steht heute für Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaat. Und das ist Teil einer langen, nicht immer konfliktfreien Entwicklung. Springen wir in die turbulente Anfangszeit der Bundesrepublik Deutschland. Das Grundgesetz legt die Fundamente eines neuen deutschen Staates. Es gibt erstmals ein spezialisiertes Verfassungsgericht. Das wird in Karlsruhe angesiedelt, bewusst mit Abstand zur Bundesregierung, damals noch in Bonn. In den ersten Jahren ist die Stellung des Bundesverfassungsgerichts unklar und auch umstritten. Das Gericht hat zunächst keine eigenständige Verwaltung und unterliegt der Dienstaufsicht des Justizministeriums. 1952 fordert es in einer Denkschrift Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Das Bundesverfassungsgericht ist ein mit höchster Autorität ausgestattetes Verfassungsorgan. Der Appell hat Erfolg. Seit 1953 ist das Bundesverfassungsgericht eigenständig und verwaltet seinen eigenen Haushalt. 1963 entscheiden sich die Richterinnen und Richter für eine Amtskleidung, die Roten Roben. Vorbild war eine Richtertracht im Florenz des 15. Jahrhunderts. Bis heute sind die Roben das Markenzeichen des Bundesverfassungsgerichts. Seine Unabhängigkeit wird in vielen Entscheidungen deutlich. 1961 erklärt der Zweite Senat das Projekt von Konrad Adenauer zur Gründung eines deutschlandweiten Staatsfernsehens für verfassungswidrig. Der Kanzler ist brüskiert und erklärt im Bundestag. Das Kabinett war sich darin einig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren. Auf diese öffentliche Missbilligung des Urteils antwortet der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Gebhard Müller. Kein Verfassungsorgan ist nach der grundgesetzlichen Ordnung befugt, zu beschließen und amtlich zu verlautbaren. Ein Spruch des Bundesverfassungsgerichts entspreche nicht dem Recht. Während der ersten Jahre residiert das Bundesverfassungsgericht im Prinz-Max-Palais. Bald reicht der Platz nicht mehr. Das Gericht braucht ein eigenes Gebäude. In den 1960er Jahren entstehen die Glaspavillons in unmittelbarer Nachbarschaft zum Karlsruher Schloss. Ein funktionaler Pavillonbau mit quadratischen Grundrissen. Mitten zwischen Schlosspark und Botanischem Garten keine Mauern. Auch Versammlungen dürfen sein, brauchen aber eine besondere Erlaubnis. Die vielen Fenster stehen für Transparenz. Im demokratischen Verfassungsstaat können alle sehen, dass das Grundgesetz wirklich Geltung erlangt. Die Unterschiedlichkeit der Perspektiven ist für die Arbeit des Gerichts sehr wichtig. In der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts gab es lange viel mehr Richter als Richterinnen. Die erste und langjährig einzige Bundesverfassungsrichterin ist Erna Schäffler. 1994 wird Jutta Limbach erste Präsidentin des Gerichts. 25 Jahre später gibt es neun Richterinnen und sieben Richter. Das Bundesverfassungsgericht wird oft als Hüter des Grundgesetzes bezeichnet. Heute bedeutet das auch, Verfassungsrecht in Europa und der Weltgemeinschaft zur Geltung zu bringen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg sind zwei weitere wichtige Akteure und viel mehr als früher spielen heute auch für das Bundesverfassungsgericht das Europäische Recht und das Völkerrecht eine Rolle. Daraus ergeben sich auch neue Fragen. Wie stehen die Entscheidungen dieser Gerichte zueinander? Wie umgehen mit Dissens und wie findet sich Konsens? Rechtsprechung ist heute jedenfalls ein internationales Gespräch mit allen Akteuren des Europäischen Gerichtsverbunds. Dieser Verbund erinnert mich an ein Mobile, das ja unterschiedlich große Teile zueinander im Gleichgewicht hält. Alle Teile haben die gleiche Auswirkung aufeinander. Eine Bewegung an der einen Stelle beeinflusst alle. Aber im Ende kommen doch alle wieder zur Ruhe. Im Interesse eines wirkungsvollen Grundrechtsschutzes arbeiten alle Gerichte in Europa konstruktiv zusammen.